So, jetzt übernehmen wir mal hier wieder Untote. Ach ja, ich glaube, ich muss noch zwei Punkte hier verteilen. So, Gott lässt sich der jetzt schnell wieder aufblasen. So, dann holen wir uns auch hier. Und mehr Untote. We are under attack. It's important not to make a sound. It's important not to make a sound. So, die Armee wächst. Sogar meine Elfenarmee steht noch einigermaßen gut da. No one will escape. So, der eine Helipadenträger ist auch hinüber. So, mal gucken, wie viel Holz haben wir? Na, etwas Holz werden wir noch brauchen. 200 brauchen wir insgesamt. Die verkauften nichts, was wir wirklich brauchen. Ja, die Menschenfestung, die können wir dann auch irgendwann noch auseinander nehmen. Sollten wir, die wäre nämlich ein Problem für uns. Da ist noch eine Fatumkuft. Da ist noch eine Fatumkuft. Hm. Ach, hier. Ja, okay. Die ist ja auch einfach zu erreichen. Geht's aber erst mal denen. Die Nahrung verkaufen, die wir nicht brauchen. Und die Steine. Ach ja, und einen Gegengift brauchen wir auch nicht unbedingt. Die Necropolis braucht auch noch einen Titanenpanzer von der Phantomenkruft. Ja, machen wir die Fatumkuft noch schnell platt. Ja, machen wir die Hier ist ein ziemlich beliebter Ort übrigens. Your wish is our command. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. Your order is clear. Yes. It's important not to make a sound. I know this place. Kommen wir den Magier hier um. I know this place. Die Wachen auch gleich mit um. Also unsere Magierin ist nämlich gut darin, Sachen umzuhauen. So, als nächstes gehen wir zur Golem-Fabrik dann, sobald wir das gemacht haben. As you please. Aim for the head. I know this place. Your order is clear. It's important not to make a sound. No one will escape. Your order is clear. Also die umhauen. Your order is clear. At your service. Und ihr seid die mit dem bisschen oben Auge. Looks like the calm days are over. Gibt das aber mal an sie. Yes. At your service. Wobei gibt das an irgendeinem Bogenschützentrupp, so. Your wish is our command. Jetzt Aufzug wohl im Fabrik. Your order is clear. Als nächstes. Ah, ich bin sie. Ja. Hier mal wieder die Armee vergrößern. Also ja, es ist gut, dass wir zwei Friedhöfe haben, wo wir Truppen ausbilden können. Oder halt Truppen unter unsere Kontrolle bringen können. Und man merkt langsam, die Armee wird ein bisschen groß. Hm. No one can compare with us. We are the true masters. We are the true masters. We are the trothee. It's very important not to make a sound. Strong Analysis layar. Mhm. Es ist wichtig, nicht einen Sound zu machen. Es ist wichtig, nicht einen Sound zu machen. Es ist wichtig, nicht einen zu erlauben. Es ist wichtig, nicht einen zu erlauben. Der Golem trägt Antriebe und Heiltränke. Your order is clear. Your order is clear. As you please. At your service. So that's where dwarfs make their golems. The golems are increasing in number every day. Unless we find a way to stop the factory, dwarfs will soon amash the greatest army Denmor has ever seen. An assault on Throdd's fortress is out of the question as long as the factory is working. It won't be easy to shut it down. We'll need the goblins help. Hm. Your order is clear. Okay. As you please. Merken wir mal weiter die golems hier. Klopfen sie langsam runter. Und ja, die Festung da oben müssen wir erobern. Aber dazu müssen wir erst einige Sachen machen. Also jetzt erstmal die Golem-Fabrik sabotieren. Mit Hilfe der Goblins. Während wir hier unsere Armeen aufbauen. Was die 머k fürอนäre und Fridays. No, nein, nein. Are we ready? Das sind diegasse. so zwei golems sind ausgeschalten so gehen wir einfach mal direkt zur stadt klar ok Der Abneigung kann leicht in Feindschaft umschlagen. Ich habe auch schon einen Plan. In diesen kargen Bergen findet man nur schwer etwas zu essen. Errichtet eine Blockade gegen die Koblenz und gibt den Zwergen die Schuld. Das müsste funktionieren. Es muss überzeugende Beweise geben, damit es aussieht, als wären es die Zwerge gewesen. Stahlantriebe am rechten Flex und ausreichend. Jetzt jagen wir Golems. Also ja, ist die Frage, die Golems hier drüben droppen die Antriebe?